Dann mach ich nochmal einen Stopp. Eli, auf, durchschlafen! Was ist das? Haben wir eine Überraschung? Ja! Elenda! Bitte bitte bitte! Was ist das? Ja, genau! Jetzt ist noch eine Überraschung für dich! Komm rein! So, ich nehme an und fangen an. Tschau! 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 Einmal die Überraschung! Guck mal wieder auf! Das ist heute die Sturze, aber das ist nicht die erste Sturze. Ja! Erst!" ... ... ... ...